Hi und herzlich willkommen zu Folge 22 des Mindful Upgrade Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Robin und heute geht's an deine Willenskraft. Vielleicht kennst du das ja, du stellst den Wecker früh um sechs, weil du richtig Bock hast, meine Morgenroutine durchzuziehen oder Training zu machen oder gleich mit einem Smoothie einen Tag zu starten. Und dann stellst du dir den Wecker, er klingelt und das ist genau das, was passiert. Du stehst wie eine Eins im Bett und gehst volle Kraft voraus in den Alltag. Natürlich passiert das meistens nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und das hat ganz viele Gründe und ich möchte dir aber heute zehn Trigger verraten, die dich mehr in den Flow bringen und damit auch mehr Willenskraft kreieren. Die Show Notes zu dieser Folge findest du wie immer unter www.mindful-upgrade.ch slash Folge 22. Wenn du Bock hast auf mehr Strategien wie diese, die ich dir heute vorstelle in dieser Folge, dann musst du dir unbedingt den Biohacking Performance Guide reinziehen. Mein neues Buch ist jetzt erhältlich bei Amazon als E-Book und als Taschenbuch. Und da verrate ich dir diese Tools und Strategien, die dich mehr zur Energie bringen, die dich mehr in deine Kraft bringen in deinem Alltag. Und ja, ziehst du dir auf jeden Fall rein. Ich würde mich freuen. Und nun wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich Willkommen bei Mindful Upgrade Podcast. Dein Podcast für ein proaktives und selbstbestimmtes Leben. Lerne, wie du mit Plant-Based Biohacking und Primal Body Practice auf natürliche Weise dein Energielevel steigerst, mehr Fokus kreierst, sowie körperlich und mental fitter wirst. Es warten interessante Themen und spannende Gäste auf dich, um dir zu zeigen, wie du ein unerschütterliches Skillset aufbaust, welches dir mehr Freiheit, Gesundheit und Power gibt. Aktiviere also jetzt dein Flow-State und werde selbst zum Biohacktivisten mit einer neuen Folge des Mindful Upgrade Podcasts. Hey Biohacktivist, welcome to the show. Willenskraft, um die soll es heute gehen und wie man diese triggert. Dafür habe ich 10 richtig krasse Flow-Trigger am Start, die ich dir heute in der Folge verraten werde. Davor möchte ich noch auf ein anderes Konzept eingehen, was ja eigentlich so ein bisschen damit in Zusammenhang steht. Und zwar ist das die Motivation. Wir sprechen immer von Motivation. Wir müssen motiviert sein. Wie motiviere ich mich selbst? Ich habe heute keine Motivation. Ich bin heute nicht so motiviert. Aber wo kommt dieses Wort eigentlich her? Motivation. Also für mich, ich möchte jetzt gar nicht auf das Wort an sich eingehen. Ich möchte vielmehr sagen, hol dir doch die Power wieder zurück zu dir selbst. Motivation bedeutet immer, irgendwas im Außen triggert dich und dann bist du auf einmal motiviert. Oder nicht motiviert. Es ist schlechtes Wetter, deswegen bin ich heute nicht so motiviert. Ich habe schlecht geschlafen. Oder ich habe heute einen richtig coolen Menschen kennengelernt. Jetzt bin ich mega motiviert. Ich habe gestern einen geilen Vortrag gehört. Ich sprühe nur so von Motivation. Es ist halt immer im Außen irgendwo. Das heißt, du gibst auch Verantwortung irgendwo ab. Ich möchte dich eben mit dieser Folge einladen, mehr Willenskraft in dein Leben zu lassen. Denn Willenskraft bedeutet eine bewusste Entscheidung. Du willst etwas. Und wenn du keine Willenskraft dafür hast oder wenn du einfach sagst, ich will heute nicht trainieren oder ich will heute dies nicht, ich will heute das nicht, dann ist es wieder eine sehr bewusste Entscheidung. Und die fällst du halt selber und du bist auch selber dafür verantwortlich. Du kannst aber diese Willenskraft natürlich auch triggern. Und dazu habe ich heute richtig geile Trigger, sogenannte Flow Trigger am Start. Und durch die möchte ich dich jetzt führen. Und wir fangen direkt mit dem Ersten an. Und zwar ist das nicht am Morgen beim Wecker, sondern am Abend, bevor du ins Bett gehst. Und da ist etwas, was ich immer wieder mache. Ich journale. Ja, ist das ein komisches, eingedeutschtes, eingeenglischtes Wort. Journale. Ja, ich schreibe Journal. Das heißt, ich schreibe Tagebuch. Und ich möchte jetzt nicht, dass du irgendwie in den nächsten Mac Paper rennst und dir ein Notizbuch holst. Das musst du wirklich nicht. Erstens, du kannst es zum Beispiel auch mit deinem Handy machen. Da gibt es verschiedene Apps. Da werde ich jetzt gleich noch darauf zu sprechen kommen. Aber du kannst auch einfach dich hinsetzen am Abend und zu dir selber oder zu deinem Partner vielleicht sagen, hey, was habe ich heute für Erfolge gehabt? Wo habe ich heute Fülle erlebt? Ja, was hätte ich heute vielleicht besser machen können? Es geht einfach nur darum, dass du dir wirklich bewusst bist, was sind meine Erfolge gewesen, was cool ist, heute passiert am Tag und das wie nochmal resümierst. Und es hat natürlich dann auch einen sehr positiven Einfluss auf deinen Schlaf, je nachdem, was du da für Trigger setzt. Und natürlich auch, wie du aus dem Bett dann kommst. Deswegen mache ich das am Abend so. Ich journaler, das ist ein schönes Wort, und schreibe auf, was sind meine drei bis vier Erfolge. Ja, was habe ich heute für Erfolge gehabt am Tag? Dann sage ich noch, was habe ich heute für Fülle erlebt oder wo habe ich heute Fülle erlebt? Vielleicht im Wetter oder in einer gewissen Tätigkeit, die ich gemacht habe. Und dann versuche ich mir noch so eine kleine Mini-Version für den nächsten Tag aufzustellen. Du kannst zum Beispiel auch ein paar To-Dos schon dir überlegen, was du am nächsten Tag machen willst. Und ja, dann kann sich dein Unterbewusstsein schon mal damit beschäftigen, bevor du schlafen gehst, während du schläfst und natürlich dann auch, während du aufwachst. Da hast du gleich vielleicht ein positives To-Do, was du machen willst. Und das macht es dir natürlich viel leichter aufzustehen. Genau, ich benutze dafür zwei Apps. Das ist einmal das Five-Minute-Journal. Das fragt mich sowohl am Morgen, für was ich dankbar bin und was ich erledigen möchte. Und gibt mir dann noch so eine Möglichkeit, eine coole Affirmation zu setzen, die ich mir selber auswähle. Und am Abend fragt es mich dann halt, ja, was hast du heute für Erfolge gehabt? Und da kannst du dann drei Erfolge aufschreiben. Und danach ist nochmal so eine Frage, was hättest du besser machen können? Und da kannst du dann auch nochmal resümieren, vielleicht, okay, da habe ich mich vielleicht heute ein bisschen blöd verhalten. Das mache ich das nächste Mal vielleicht besser oder da hätte ich vielleicht, ja, mich besser ernähren können oder hätte mich nicht so aufregen müssen und so weiter. Das ist dann ganz individuell, sollte aber nicht den Hauptteil halt ausmachen. Dann benutze ich noch das Universal-Tagebuch. Das gibt es für Android. Ich weiß jetzt nicht, ob es das für das iPhone auch gibt, aber da gibt es, glaube ich, auch so eine Tagebuch-App, die mir jetzt gerade nicht einfällt, wie die heißt. Und das Coole ist, bei der App, du kannst selber quasi immer wiederholende Tasks einspeisen. Das heißt, wenn du irgendwelche Powersätze hast am Morgen, kannst du die dann quasi dort reinschreiben. Und die App erinnert dich dann jeden Morgen daran, da was auszufüllen oder die Sätze zu wiederholen. Ist auch super für Affirmationen oder für, ja, Motivationssprüche. Und ich muss mal hier die Kopfhörer absetzen, weil dann höre ich mich gar nicht so gut. Ja, und dazu benutze ich die App und die App fragt mich dann am Abend auch, hey Robin, was ging heute bei dir ab? Wo hast du Fülle erlebt? Und fragt mich dann eben auch nach dieser Minivision für die Zukunft. Und dann habe ich auch noch eingestellt, dass sie mich fragt, mit was für einer Intention ich in den Schlaf gehe. Zum Beispiel, ja, ich möchte mich erholen oder ich möchte morgen fitter sein. Ich möchte früher aufstehen. Ich möchte klar träumen. Ich möchte im Traum das und das Thema bearbeiten. Und das ist auf jeden Fall auch immer sehr hilfreich, wenn du dir so eine Intention für deinen Traum setzt. Ja, wie gesagt, ganz einfaches Konstrukt. Dein Unterbewusstsein beschäftigt sich dann schon mit dem, was morgen auf dich zukommt. Mit deiner Minivision, mit deinen ersten To-dos vielleicht. Und dann ist es natürlich viel leichter, aufzustehen. Wenn da weggeklingelt, kannst du dir dann halt einfach sagen, ah ja, stimmt, ich wollte ja heute das und das Projekt angehen. Oder ich wollte heute endlich anfangen, meine Ernährung umzustellen. Oder ich wollte heute mal wieder eine richtig krasse Sporteinheit machen. Und da hilft das natürlich sehr. Dann sind wir auch schon beim zweiten Punkt, aufstehen. Wie stehe ich auf? Ganz normal, ich habe einen Handywecker und ich habe eine Weck-App. Die ist auch meine Schlaftrack-App. Und die heißt Sleep as in Android. Das heißt leider auch für Android. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Lösungen für iPhone. Sleep Cycle heißt das, glaube ich, auch. Also die App, die weckt dich natürlich auch in einem gewissen Zyklus, wo du nicht mehr so im Tiefschlaf bist. Und dadurch ist das Aufstehen halt auch nochmal einfacher. Aber die App, die hat auch noch richtig coole Hacks dabei. Zum Beispiel kannst du einstellen, dass sie dir eine Aufgabe, eine Matheaufgabe gibt zum Lösen. Also je nach Schwierigkeit. Kannst du eine leichte machen, kannst du auch ein bisschen schwerer machen. Und wenn dann der Wecker klingelt, dann klingelt der so lange, bis du die Aufgabe gelöst hast. Und ja, das kann am Anfang sehr nervig sein, aber kann dich natürlich auch dazu bringen, gleich aufzustehen, weil du dann erstmal im Kopf bist. Dann verändern sich auch deine Brainwaves und du bist vielleicht schon in einem Alpha- oder in einem Beta-State und bist ein bisschen wacher als du vielleicht noch. Ja, wenn du schläfst, bist du ja ein bisschen in niedrigeren Frequenzen unterwegs. Was auch noch cool ist bei der App, und das habe ich, glaube ich, noch nirgendwo gesehen. Du kannst dir quasi so einen QR-Code ausdrucken und kannst den dann irgendwo in der Wohnung verteilen oder unten am Briefkasten oder, keine Ahnung, in der Dusche. Und der Wecker hört wirklich erst auf, dann zu klingeln, wenn du diesen QR-Code mit deinem Handy abgescannt hast. Und ja, dann bist du auf jeden Fall schon mal in der Bewegung. Wenn du den draußen am Balkon dran machst, dann bist du vielleicht auch mal in der frischen Luft. Also da kannst du dich auf jeden Fall richtig gut selber konditionieren. Ich finde das eine richtig coole App. Verlinkt die natürlich auch noch in den Shownotes. Und ja, dann gehst du vielleicht dann raus und scannst den QR-Code auf deiner Terrasse oder auf deinem Balkon. Und dann kommen wir auch zum dritten Punkt. Sonne tanken. So wichtig, ja. Damit das Melatonin, also das Schlafhormon, abgebaut wird, aber auch das Stresshormon, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, erhöht wird. Das Cortisol, der Cortisol-Spiegel wird erhöht, wenn du natürliches Sonnenlicht aufnimmst. Und ja, wenn die Sonne nicht scheint, dann trotzdem wenigstens rausgehen und in den Himmel gucken, in die Wolken gucken, da nehmen wir natürlich auch schon sehr viel Licht auf. Und dann bist du gleich wacher, hast mehr Energie. Dann auch richtig geil, um deine Willenskraft so ein bisschen zu stärken, ist so ein bisschen körperlich in einen anderen State zu kommen. Also Embodiment nennt man das. Was ich dazu mache, ist, ich bewege mich. Entweder ich stretche mich ein bisschen oder ich gehe auf meinen Trampolin, was in meinem Vorgarten steht hier. Und springe dann ein bisschen auf den Trampolin. Und das erhöht dann meine Herzfrequenz auch. Und ja, bin ich gleich viel wacher und habe auch so richtig Bock, was zu machen. Ja, du kennst das vielleicht so, wenn du vor Freude springst und du würdest am liebsten gleich noch höher springen und irgendwelche Sachen machen. Und du kommst dann halt in so ein Körpergefühl rein. Ja, und ich finde das richtig geil. Und ja, nach dem Trampolinspringen ist dann für mich wirklich so die Sache mit dem nochmal hinlegen eigentlich abgehakt. Also ich bin dann wach und ich bin dann voll da. Danach mache ich immer noch eine Atemübung. Das kann jetzt eine Wim Hof Methode sein. Da habe ich auch schon eine Folge dazu gemacht. Die verlinke ich sonst auch gern in den Shownotes. Ich schreibe das hier nochmal auf. Und ja, es gibt aber natürlich sehr viele verschiedene Atemübungen. Zum Beispiel aus dem Yoga, eine Wechselatmung oder Pranayama. Es gibt so viele Sachen. Tony Robbins Priming, wo du dann halt noch mit den Händen und den Armen arbeitest. Gibt es ganz viel mit Atmen. Da bist du auf jeden Fall dann auch richtig wach. Hast richtig viel Power. Und ja, als nächstes würde jetzt eigentlich so die kalte Dusche kommen. Ich sage bewusst eigentlich, weil es ist Sommer. Und seit ich hier in dieser neuen Wohnung bin, die ja nur vorübergehend ist, ist die Dusche nicht wirklich kalt. Also da, wo ich vorher gewohnt habe, da war es wirklich richtig kalt, als ob Eiswürfel direkt aus der Dusche gekommen sind. Und da tat es auch so nach ein paar Minuten richtig weh. Diese hier ist zwar auch kalt, aber irgendwie ist es nicht so dasselbe Feeling. Und so muss ich mir jetzt halt was anderes überlegen, um motiviert zu bleiben, um diese Energie zu kreieren. Sonst ist natürlich kalte Dusche top, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, richtig eiskalt zu duschen. Oder vielleicht hast du irgendwie einen Eiswürfelautomaten und kannst kiloweise Eis dir besorgen irgendwie und dann ein Eisbad nehmen. Das ist natürlich auch richtig geil, weil das ist so die erste Komfortzone Challenge. Du gehst aus deiner Komfortzone raus und das triggert immer den Flow. Wenn du aus der Komfortzone raus gehst und dich mit anderen Sachen beschäftigst und vielleicht auch, ja, dich in unangenehme Situationen bringst. Und es ist einfach, man muss es quasi ausprobiert haben. Ja, wenn du zum Beispiel unter eine kalte Dusche gehst, du fühlst dich danach so geil, weil du einfach weißt, okay, boah, krass. Normale Menschen würden das nie machen, aber ich habe das jetzt gemacht und ich fühle mich so geil jetzt danach. Aber wie gesagt, kalte Dusche ist bei mir jetzt gerade schwierig und deswegen muss ich mir etwas anderes überlegen. Und da kommen wir auch schon zum sechsten Punkt. Und zwar ist das, oder ja, man kann es eigentlich auch als siebten Punkt nehmen, wenn man die kalte Dusche jetzt in Klammern setzt. Und da ist das eine Motivationsübung, die ich mit Musik triggere. Am Anfang mache ich so ein bisschen Affirmationen, das heißt, ich visualisiere meine Zukunft auch, mache so einen kleinen Mind-Movie. Da funktioniert es natürlich super, wenn du irgendwie alte Hip-Hop-Songs hast oder irgendwas, was dich so ein bisschen toucht, auch emotional. Und da kannst du dann ganz gut in dieses Gefühl reingehen. Du siehst deine Zukunft, aber verbindest die quasi mit einem angenehmen Gefühl aus der Vergangenheit. Und das ist ein mega starker Trigger für Flow und auch für Manifestation. Und dann mache ich da so ein Mind-Movie und visualisiere so ein bisschen, wie mein Leben jetzt in ein paar Monaten aussehen soll. Also danach geht es dann, ja, visualisieren. Danach affirmiere ich dann, ja, dann mache ich so ein paar Affirmationen. Und dazu stelle ich mich dann meistens vor den Spiegel, gern auch komplett nackt. Weil das ist auch nochmal so ein Akt der Selbstliebe, dass du, ja, dich wirklich in deinem ganzen Körper wahrnimmst und dir dann wirklich richtig geile Affirmationen reinhaust. Und, ja, und dir auch richtig verkörperst mit deinem ganzen Körper, mit deinem ganzen Wesen, dir in die Augen dabei schaust und alles auch bejahend machst und nicht verneint. Also, oft haben wir ja so das Bedürfnis, wenn wir irgendwas sagen, den Kopf zu schütteln. Da muss man natürlich auch drauf achten. Und, ja, dann habe ich da so 10 bis 20 Affirmationen, die ich mir selber ausgedacht habe und die ich selber ausformuliert habe. Und die auch immer so ein bisschen eine Verbindung haben, wie, ich habe schon was in mir und dadurch, dass ich das in mir habe, wird es auch bald in meinem Außen sein. So hast du ein bisschen die Brücke dann auch geschlagen. Ja, extrem geil, extrem geil für Willenskraft, extrem geil für Energie und für so einen richtig, ja, motivierten State halt. Ja, und dann ist meine Motivation schon auf einem richtig guten Level und jetzt würden wir dann zum siebten Punkt kommen und das wäre eine Katharsis-Übung. Katharsis, vielleicht ist dir der Elliot Halsen-Begriff, verlinke ich sonst auch gern nochmal, der hat ein richtig heftiges Video gemacht bei YouTube. Und zwar stellst du dich wieder vor einen Spiegel, wie gesagt, ob du willst, gern auch nackt. Nackt funktioniert super, wenn jetzt du nicht irgendwie vielleicht ein paar Mitbewohner hast, die das nicht so cool finden. Und schaust dir in die Augen und dann versuchst du ein bisschen in deinen Körper zu kommen. Das kannst du zum Beispiel mit Shaken machen. Du shakst dich durch und shakst so dein Gesicht auch so richtig durch und machst große Augen, guckst dir in die Augen. Vielleicht reißt du den Mund auf, atmest sehr tief, atmest sehr intensiv ein und aus, machst vielleicht auch so ein paar Power-Poses und machst deine Arme auseinander. Das funktioniert auf jeden Fall auch sehr gut. Und du wirst dann merken, dass du so nach fünf Minuten wirklich in einen richtig krassen State kommst und danach könntest du wahrscheinlich Bäume ausreißen. Du kannst dir dann zum Beispiel auch deinen Körper noch abklopfen, dich zum Beispiel auf die Brust klopfen oder auf den Kopf. Und ja, wenn ich dann aus dem Bad rauskomme, Natja, die denkt sich dann wahrscheinlich schon wieder, ey, was macht der jetzt schon wieder, ey, Verrückte. Aber ich bin dann natürlich so richtig pumped, ja, ich habe richtig Bock dann. Und ja, und dann geht es bei mir auch weiter mit dem Training. Und das ist jetzt der achte Punkt, glaub. Also es sind auf jeden Fall plus, minus zehn oder elf Lord Trigger. Kann sein, dass ich ein bisschen mit den Zahlen durcheinander bin. Ja, dann habe ich so richtig Bock zu trainieren. Und da hilft mir natürlich auch Musik. Und was ich da mache, ich muss jetzt gestehen, ich hoffe, dass ich nicht zu viele Hörer jetzt verliere. Ich war früher, also ganz früher, Anfang 20 war ich da. Bushido-Fan ist so ein blödes Wort, das hört sich immer so ein bisschen an wie Groupie. Aber ich fand Bushido extrem geil. Und ich war auch so auf ein paar Konzerten und war auch selber so ein kleiner verkappter Gangster früher. Und ja, und seine Musik ist halt wirklich, finde ich, immer noch sehr krass. Toucht mich noch mega. Vor allem auch die Beats, die er ja anfangs auch viel selber gemacht hat. Jetzt weiß ich es halt gar nicht mehr, wie das ist. Und das waren halt so richtig düstere, schnelle Beats teilweise. Und dann natürlich auch, ja, harte Sprache. Ja, muss natürlich, kann jeder sagen, was er will. Ist vielleicht nicht optimal, ist vielleicht auch beleidigend. Doch das ist halt Rap-Musik und ist halt auch ein künstlerisches Mittel. Und ich glaube, wenn wir die ganzen Hip-Hop-Tracks der Amerikaner ins Deutsch übersetzen würden, das wäre auf jeden Fall auch für den einen oder anderen nicht mehr so cool. Und ja, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. So fühle ich Quatsch. Ja, und dann habe ich dann so alte Instrumentals meistens vom Bushido. So, damit mich die Stimme nicht so ablenkt. Und ja, komme ich dann natürlich auch so ein bisschen wieder in diese Konzerte rein. Und wo wir alle so alles mitgerappt haben und was für eine Stimmung da war. Wir waren früher wirklich in den ersten Konzerten, wo so 200, 300 Leute waren. Und da war natürlich noch eine ganz andere Stimmung als jetzt, wo, keine Ahnung, ganze Hallen füllt. Und ja, und da bin ich dann so richtig geil drauf und mache so meine Übungen, mein funktionales Training, meine Movement-Patterns und meine Ring-Workouts mit der Musik im Hintergrund. Und bin dann auf jeden Fall so richtig pumped, habe richtig Bock. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Peak von meiner Willenskraft dann. Wenn ich jetzt, jetzt könnte ich quasi aufhören. Wie gesagt, ich gehe dann meistens noch mich kalt abduschen. Kalt ist es zwar trotzdem. Und höre dann noch ein paar Motivational-Tapes. Das funktioniert natürlich auch cool. Da kann ich auch gerne nochmal welche verlinken. Das bringt mich nämlich jetzt noch auf den Punkt Motivational-Tapes. In Kombination mit kalter Dusche. Super geil. Wenn du da irgendwie bei YouTube gibst, ein Haufen. Einfach mal eingeben, Motivational-Tapes oder Motivation oder Motivation-Speech. Und dann kommen dann wirklich so die Tony Robbins und Jim Rohns und Will Smiths und keine Ahnung, wie diese ganzen, ja, wirklich motivierenden Personen halt heißen. Und das höre ich mir dann meistens unter der Dusche an und kann das auch teilweise mitsprechen. Und ja, das ist auf jeden Fall richtig cool. Da verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal so zwei Tapes, die ich fast jeden Tag höre. Und die bringen mich natürlich dann so richtig in Fahrt nochmal. Und ja, und dann bin ich halt wirklich parat. Das ist dann so ein großer Teil meiner Morgenroutine. Und die Willenskraft ist sehr hoch, wenn ich jetzt natürlich irgendwelche produktiven Sachen mache, mich in Projekte setze oder Schreibarbeit mache, wie zum Beispiel ein Buch schreiben. Da habe ich dann richtig Bock, ja. Da bin ich dann voller Willenskraft, voller Energie, bin wirklich so fast auch im Flow, kann man sagen, schon. Und dann funktioniert das andere natürlich alles sehr gut. Was aber nun, wenn du in deinen Alltag gehst, ja, und da sind natürlich dann sehr viele verschiedene Einflüsse, die deine Willenskraft wieder, ja, wie sagt man, erniedrigen ist das falsche Wort, ja, nach unten bringen einfach. Und man muss da halt höllisch aufpassen. Und deswegen ist halt der neunte Punkt Umwelt und Umfeld einer der wichtigsten Trigger überhaupt. Oder die wichtigsten beiden Trigger überhaupt. Vielleicht kennst du das im Urlaub. Wenn du irgendwo in den Urlaub gehst, an irgendeinen Ort, den du nicht kennst und ja, dann ist es für dich kein Problem aufzustehen, wenn der Wecker klingelt, oder? Es ist kein Problem für dich, also für mich auf jeden Fall nicht. Ich war jetzt eine Woche in Berlin, auch wenn ich den Ort zwar schon kenne, hat es da, in Berlin hat es immer so viele tolle, tolle Sachen, die man machen kann, tolle Leute, die man treffen kann. Dann war ja auch noch die Digitale Nomadenkonferenz und ich hatte also jeden Tag richtig was zu tun. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt und ich wusste einfach, dass es geil wird. Und so war es für mich teilweise kein Problem, um sechs aufzustehen, um sieben aufzustehen, teilweise auch nur mit vier Stunden Schlaf, weil ich natürlich nicht empfehle. Den Zeigefinger nach oben. Und ja, und du kennst das vielleicht auch aus dem Urlaub. Du gehst da, du stehst früh auf, du unternimmst Sachen und ja, wenn du nicht weißt, was als nächstes passiert, bist du dann natürlich auch achtsamer unterwegs. Ja, es gibt zum Beispiel Indianerstämme, die, ja, hast du bestimmt auch schon gesehen im Fernsehen, die ziehen regelmäßig um. Ja, die gehen auf Wanderschaft mit ihren Stämmen. Ja, alle paar Monate oder Jahre packen die ihr Zeug zusammen und ziehen ein paar Kilometer oder ein paar Meilen weiter. Und warum machen die das? Ja, sicherlich auch, um diesen Flow halt einfach zu triggern, um sich neuen Situationen auszusetzen. Ja, dann wissen sie vielleicht nicht mehr, okay, wie sind jetzt hier die Jagdbedingungen an dem neuen Ort? Ja, wo bekomme ich was zu essen her? Wie ist das mit der Ernte und dem Wetter? Wie hängt das zusammen? Ja, und das hat natürlich einen mega krassen Einfluss auf ihr ganzes Flow-Empfinden und auf ihre Willenskraft, aber auch auf ihre Vernetzung in ihrem Gehirn. Deswegen ist das halt mega wichtig, also die Umwelt, ja, wo ich hingehe. Du kannst das natürlich auch ganz einfach machen, wenn du im Alltag bist, kannst du vielleicht mal versuchen, anders zur Arbeit zu kommen. Ja, vielleicht mal das Fahrrad nehmen oder eine andere Strecke mit der Bahn zu fahren und vielleicht nicht am Handy zu sein, sondern wirklich bewusst auch die Umwelt draußen wahrzunehmen. Und dann bist du halt auch wieder in einem ganz anderen, ja, in einem ganz anderen Flow unterwegs, ja, du bist viel achtsamer, du bist viel mehr, du bist viel wacher unterwegs, du hast viel mehr Lust, dann auch was zu machen. Das Gleiche geht natürlich auch für dein Umfeld. Du kannst natürlich dann auf Arbeit gehen und kannst den Kollegen, den du eh nicht leidest, kannst du wieder fragen, hey, wie war dein Wochenende, obwohl es dich gar nicht interessiert. Oder halt, du gehst halt zu jemand anderem, der dir schon aufgefallen ist und sagst, mit dem wollte ich schon immer mal quatschen und gehst dann zu ihm hin und fragst ihn dann ein paar Sachen oder erzählst was von dir. Und dann hast du auch schon wieder ein ganz anderes Empfinden, ja, du bist, du bist ganz, du bist viel mehr bei dir, ja, ich kann es wie nicht beschreiben, du merkst das. Und, ja, und deswegen einfach, versuch da auch in deinem Alltag diese Trigger halt immer wieder zu setzen und immer wieder dich aus deiner Komfortzone heraus zu bewegen. Auf jeden Fall richtig, Punkt 9, Umwelt und Umfeld, richtig krasser Trigger, richtig wichtig auf jeden Fall. Und, ja, und einer der wichtigsten ist auch, und der letzte, das ist die Kreativität. Kreativität ist so wichtig, um in den Flow zu kommen. Kreativität ist so wichtig, um motiviert zu bleiben und um Willenskraft zu haben. Weil dein Gehirn erkennt quasi in der Kreativität Muster und connectet diese und fügt die halt zusammen als Ideen oder Konzepte. Und auf der anderen Seite nimmst du aber auch ein Risiko auf dich, weil du ja den Mut aufbringst, diese Ideen, die du gerade zusammengefügt hast, in die Welt zu bringen. Und dadurch entsteht halt so ein Kreislauf, ja, und das begünstigt sich gegenseitig. Dadurch, dass du kreativ bist, bist du im Flow. Und dadurch, dass du im Flow bist, verbessert sich deine Kreativität. Und das ist auf jeden Fall das Nonplusultra, sage ich dir. Mach irgendwas Kreatives. Ich schreibe für mein Leben gern, ich schreibe fast jeden Tag, nehme Podcasts auf, beschäftige mich mit Techniken aus dem Biohacking, aus der Persönlichkeitsentwicklung, versuche immer wieder neue Übungen zu machen, neue Fitnessübungen. Und ja, das ist auf jeden Fall meine Form, Kreativität in meinen Alltag zu implementieren. Und du kannst natürlich auch malen, du kannst singen, du kannst ein Instrument spielen, du kannst so viele Sachen machen, was kreative Arbeit angeht. Du kannst basteln, du kannst Theater machen, keine Ahnung, ja, es gibt so viel Kreativität. Auf jeden Fall auch ein richtig, richtig wichtiger Trigger. Ja, das waren die zehn Flow-Trigger. Ich glaube, zehn oder elf, vielleicht waren es auch elf, kann auch sein. Und ja, vielleicht machst du den einen oder anderen ja schon. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du da was mitnehmen kannst und ja, vielleicht auch ein paar Sachen ausprobieren kannst. Das ist sehr, sehr wichtig und Willenskraft ist halt das, was uns am Leben hält, was uns nach vorne pusht, was uns wachsen lässt. Deswegen lade ich dich wirklich ein, stärke deine Willenskraft, probiere ein paar von diesen Hacks aus, stehe am Morgen auf und bleib nicht liegen und gib schon am Morgen Verantwortung an deinen Wecker ab. Das ist nicht gut, sondern starte proaktiv, hol dir deinen Alltag zurück, geh kalt duschen, hör Motivational Tapes, mache geile Atemübungen, bewege dich, tanke Sonne, ja, und Journalille. Ja, wenn du tiefer in diese Sachen eintauchen willst, dann möchte ich dir auf jeden Fall auch meinen Biohacking-Performance-Guide nochmal ins Herz legen. Das ist auf jeden Fall genau das richtige Tool für solche Sachen und viele sagen halt, dass sie irgendwie gerade keine Zeit haben, irgendwie ein Buch zu lesen. Ich kenne das ja auch, aber du kannst zum Beispiel auch Speed-Reading machen, da gibt es auch Techniken im Buch. Aber es ist halt wirklich ein Performance-Guide, das ist halt so ein Handbuch. Du kannst natürlich auch den ganzen Vorspann lesen, da erzähle ich halt ein bisschen was über mich und wie ich zu diesen ganzen Themen komme und wie auch mein Leben vorher und nachher aussah. Doch der Hauptteil des Buches sind wirklich To-dos, sind wirklich Hacks, Biohacking-Skills, wie du starke Routinen aufbaust, einzelne Rituale, einzelne Pflanzenmedizinen, die ich näher beleuchte. Wie du zum Beispiel durch pflanzliche Medizin auch mehr Fokus und Power in dein Leben einlädst. Aber auch zum Beispiel natürlich körperliche Arbeiten, wie zum Beispiel das Eisbaden mit der Wim Hof-Methode, ist auch alles im Buch exakt geschildert. Das heißt, es ist ein Handbuch und du kannst es jedes Mal wieder vornehmen, wenn der beschriebene Bereich gerade in dein Leben kommt und das kannst du dann einfach nachschlagen. Und da möchte ich dich auf jeden Fall dazu einladen, diesen, jetzt habe ich gerade mein Wasser ausgekippt, schade. Wo war ich stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall kannst du ihn bei Amazon als Taschenbuch oder E-Book erwerben und den Link findest du natürlich in den Shownotes. Ja, auf mich kommen jetzt die nächsten Wochen auch noch sehr viele Sachen zu. Jetzt gehe ich nämlich auf eine Workation übernächste Woche und zwar an die Nordsee. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon zu. Da gibt es dann sicherlich nochmal eine Extra-Folge. Und dann geht es auch bald nach München. Und was ist in München Anfang Juli? Okay, genau, das Flowfest, eine der größten und wichtigsten Biohacking-Konferenzen im deutschen Raum, im deutschsprachigen Raum. Und da freue ich mich auf jeden Fall richtig. Da sind richtig coole Speaker am Start, da gibt es geile Workshops. Da sind natürlich auch richtig coole Leute wieder da. Und da freue ich mich auf jeden Fall wie ein kleines Kind. Und deswegen, ja, jetzt siehst du mal, was so bei mir noch los ist in den nächsten Wochen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Check auf jeden Fall die Motivational Tapes, Apps und die anderen genannten Tools in den Shownotes unter mindful-upgrade.ch slash Folge 22. Ich wünsche dir alles Gute mit der neu gewonnenen Willensstärke. Und gib mir gern Bescheid, wie du denn morgen nach dieser Folge aus dem Bett kommst. Bis zur nächsten Folge, dein Biohacktivist. Bis zur nächsten Folge, dein Prinz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.